Der Skin ist so hässlich, den werden sie nicht wieder reinbringen und der ist auch so alt, alter, ja, den hat keiner gekauft, weil er so hässlich ist und ich hab ihn gekauft, weil er hässlich ist, alter. Und das passt zu mir und in diesem Sinne willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video, meine Freunde. Mit dabei ist heute der Herr Paluten. Hallo! Und wir spielen erstmal eine Runde gemeinsam. Hide and Seek, dachte ich mir, ja. Mach die mal bereit, Schätzelein. Achso, ja, okay. Alter, der, du bist, wie heißt der, wer heißt der mal hier dieser Skin, wer ist der denn nochmal? Ähm, der Rabe, alter, der Rabe ist es. Identifizierst du dich mit dem Raben als müdliche Gestalt, oder? Ich bin sowieso, ich bin ein gefährlicher Typ, du kennst mich, ich lebe das Risiko und ja, kleid mich auch gerne, schwarz. Ja, ja, so kennt man dich, ne, ich meine, da muss man natürlich auch ein bisschen aus dem Mast einfach rausstechen, ne. Wir gehen an Lazy Links, Digga, ein bisschen golfen, dachte ich mir, weißt du. Ah, ja, okay, klar. Oder nochmal irgendwie mal gucken, dass wir mal vielleicht eine Runde Golf zusammen spielen, ganz entspannt, irgendwann mal, wenn du Lust hast, ne, lade ich dich ein bisschen in meinen Golfclub ein. Ja, jetzt, jetzt, wo ich in München wohne, gehe ich sowieso öfter Golf spielen. Achso, ja, ist der Finger oben, wird man nicht wohnen, ne. Kannst du Golf spielen? Ja, in Fortnite halt, ne, also. Ah, ja, okay. Für mehr reicht's auch bei mir nicht, Alter, weil. Bringst du schon raus? Äh, am besten springst du schon raus, schon länger, ich dachte grad schon, Junge. Also, wie gesagt, ich geh halt immer nur in Fortnite golfen. Ich hab in meinem Leben auch noch nie Golf gespielt. Ich auch noch nicht, Alter. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich niemals eine Platzreife bekomme, sondern maximal zwei Bälle abschlagen darf und dann direkt Hausverbot bekomme. Ja, das wäre genau. Weil ich wahrscheinlich ausraste und die Schläger kaputt mache. Oh, zack, direkt alles genudelt. Oh, Alter, uff, geil, Junge, geil. Ich hab ne Frage. Ja? Achso, wir sind ganz alleine hier. Ja, ja. Ach, ist die Spielwiese noch active? Die Spielwiese noch active. Hier sind zwei Schillis für dich, ja. Oh, geil, Alter. Ja, ja, okay. Einmal schön reinzippen hier die Champagner. Ja, ja, ja. Ah, warte, warte, ne, warte, nicht, nicht trinken. Was denn? Nicht trinken. Ach, ich hab's abgebrochen. Du musst, du musst eigentlich das Team noch wechseln, Alter, damit wir uns nicht auf der Map sehen, weißt du? Deshalb. Boah, boah, Alter. Also, willkommen hier in meinem wunderschönen Golfclub, ja? Mhm. Wir werden hier gemeinsam eine richtig schöne Zeit haben. Das Ding ist halt, wir müssen einander jetzt suchen, ja. Das heißt, das wird auf jeden Fall... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? In diesem Sinne würde ich dann sagen, würde ich dich einfach mal bitten, dass du das Team wechselst, Pader. Das kannst du dann mit Escape machen, dann gehst du auf Team Auswahl, dann gehst du mal in Team 2. Bin tot. Jetzt bist du gestorben, ganz genau. Deine Tränke liegen hier unten noch. Ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt cool bist, lässt du mich jetzt schon mal verstecken und guckst nicht runter. Okay. Bist du cool gerade drauf oder eher nicht so? Äh, ja, das Problem ist, ich glaube, ich bin, äh, also, ähm, okay, ich such dich, Revi. Okay, sind wir noch in einem Team? Ich seh deinen Namen nicht mehr bei mir, ne? Ist gar nichts, ne? Was denn? Ne, ich seh nichts. Du siehst meinen Namen, also? Ja, scheiße, Alter. Nein, ich geh zufälligerweise hier. Revi. Alter, oh, oh, tut mir leid, tut mir leid, ich, ich weiß das nicht. Hier ist ein Medikit, alles ist gut, es tut mir leid, der Herr. Wieso seh ich deinen Namen? Ja, weiß nicht, Alter. Warte, wir befreundet sind. Ich muss los, Bruder, auf Wiedersehen an der Stelle. Äh, Hilfe. Aua. Ich fahr von der Map jetzt runter. Verlooten. Mach's gut. Ja, du musst vielleicht auch noch mal fahren. Ja, ja, ich wechsle auch jetzt das Team, ich bring mich aber erstmal um, wa? Ja, also, auf Wiedersehen, P-Diesel. Tschüss. Tschüss. Oh, Mutter. Oh Gott, ich hab auf Support gedrückt. Siehst du meinen Namen immer noch? Ja, aber warum? Ja, hä? Ich seh deinen Namen ja nicht. Ja, dann such du mich. Ja, dann such ich dich einfach, du. Pass auf, ich stell mich jetzt vorne hin, Alter. Ja, jeder, Ziel ist es, dass ich umbringe, am Ende natürlich, ne? Warte, ich bin gleich versteckt, okay? Ja, ja, du, alles gut, du. Ich such dich dann, dann müssen wir gleich leider nochmal die Runde wechseln. Machen wir erstmal ein paar Runden von dir und dann ein paar Runden von mir einfach. Dann müssen wir gleich nochmal die Runde neu starten. Dann musst du, glaube ich, mal admin sein oder so. Kriegen wir schon irgendwie hin, Alter. Kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Okay. Ist gerade ein bisschen fehlerhaft hier alles. So, soll ich zählen? Ja, zählen. Eins, zwei, drei, acht. Okay, alles muss versteckt sein. Alles muss versteckt sein bei acht, ihr wisst Bescheid. So, dann komme ich jetzt mal, Alter. So, Herr Paluten. Ja? Warte mal, habe ich da gerade eine Tür gehört? Nein. Bin ich mir da sicher? Ja, hier gibt es keine Tür. Bin ich mir da sicher, dass ich da keine Tür gehört habe? Ja. Oder auch kein P-Düssel, der an einem Golfkart langgelaufen ist, was ein Geräusch gemacht hat? Nein. Nein, 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 das würdest du nicht machen. Du bildest dir so ein paar Sachen ein, da musst du mal ein bisschen, musst du mal den baumeln lassen. Mhm, den baumeln lassen, sagst du. Ja. Scheiße! Ah, die Kritik! Ah! Oh Mann! Mit der goldenen P90, Alter. Palle! Mann! Da musst du einfach noch reinschreddern, da. Mein Plan war eigentlich, zu sagen, ich verstehe das Spiel nicht und ich hab zu ballern. Aber irgendwie hat das nicht sonderlich gut funktioniert. Ja, aber die Intention war ja schon mal schlecht, ne? Das kann man ja schon mal so sagen. Wieso, welche Intention? Ja, mich umzubringen, Alter. Ich würde dich niemals umbringen. Ja, ich habe das gesehen. Versteck dich lieber nochmal, mein Freund, Alter. Diesmal ein bisschen besser, ja? Darf ich immer wärmer und kälter sagen? Das darfst du machen, ja. Zu ehrlich sein. Wird ein bisschen wärmer. Ja, wird wärmer gerade. Wird ein bisschen wärmer, ja. Oh, ist das warm? Aber es wird immer wärmer. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen kälter. Hä? Glaub nicht, gar nicht, es wird kälter. Kälter? Hä? Woher hängt der Junge denn? Oh. Oh, es wird immer wärmer. Und? Reiner Ding. Wäre er da drin gewesen oder wäre er tot? Ja, du musst mehr in Richtung Westen. In Richtung Westen, also. Die Granate geht in dein Haus. So, jetzt habe ich dich aber hier. Hey! Oh! Ja, alles gut, alles gut. Nicht wegfahren. Hallo, stehenbleiben. Stehenbleiben oder ich schieße. Okay, warten Sie kurz. Wo fanden Sie hin? Hallo, hallo. Hey, hallo. So, jetzt reicht's. Das haben Sie jetzt davon, der Herr. Eine Runde machen wir noch. Komm, eine Runde machen wir noch. Ich gebe dir nur eine Chance, Alter. Mach das geilste Versteck, was du jemals zu tun hast. Denk, stell dir einfach vor, stell dir einfach vorher. Dein betrunkener Onkel kommt nach Hause. Mhm. Und will dir richtig eine reinschepern. Versteck nicht so gut. Klingt aber nie gut. Nee, nee, nee. Lieber verstecken jetzt, Alter. Ich stehe hier vorne am Baum und trinke mir einen. Ah, lecky, 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 lecky. So, ich gucke auch nicht hin, wo du bist. Okay, bin versteckt. Hast du das gehört? Nein. Nee, hast du nicht, ne? Mhm. Nein. Das glaube ich dir nicht, das glaube ich dir nicht, mein Freund. So. Da bist du, hä? Wo bist du, hä? Ja, ja? Bist du im Busch? Nee, bist du nicht, ne? Ist der hier oben drauf oder was? Hä? Eingebaut hat er sich. Hä? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du bist gerade hier vorbei gelaufen. Echt? Ich bin komplett an dir vorbei. Du bist hier, ja, ich stand hier einfach nur so. Wenn du nicht gelacht hättest, wenn du nicht gelacht hättest, ich hätte dich niemals gesehen, Alter. Wirklich nicht. Echt? Auch nicht hier oben, als du hier standest? Nee, ich glaube, ich habe dann gar nicht erst da runter geguckt. Eigentlich dachte ich, dass du das hier so ein bisschen abbauen würdest. Labber mal am Fisch, Alter. Hier, leck mal den Fisch. Das sieht wirklich aus. Oh, ja. Wenn du mal so raus schlabbern. Gloryhole. Gut, Palle. Ich würde sagen, wir beide gehen erst mal jetzt in eine neue Lobby, wa? Okay. Und dann können wir mal gucken, ob du mich findest, den Master der Verstecke, Alter, ja? So, kannst kommen. Okay. Alter, weht bei dir auch der Wind so in Fortnite? Nee. Mir weht die ganze Zeit noch der Wind, das wäre ich in der Luft. Okay. Ich bin im Soundpark gerade, Alter. Ziemlich anstrengend, weil ich höre dich nämlich jetzt nicht. So, einmal hier. Könnte hier sein. Mich, du würdest nicht finden. Mich, du würdest nicht finden. Oh, nicht tanzen, Alter, vorsichtig. Oh, weia. Palle, bist du das auf dem Golfplatz, der da schießt? Nein. Alter, dann pass auf, da ist ein Massenmörder unterwegs. Vorsicht. Ja, ich passe auf. Yeah, yeah. Oh, yeah. Okay, hier scheint der wieder zu sein. Oh, er kommt. So, hier ist safe. Mal gucken, hier hinter. Ich habe die ganze Zeit Windgeräusche. Nee, hier ist er auch nicht. Was? Ja, ja, ich höre die ganze Zeit nur den Wind. Ich bin hier gerade mit dem Maschinengang unterwegs. Boah, der verknotet seine Füße beim Laufen. Ob das so gesund ist, weiß ich ja nicht, ne? Warte mal, hier kann er dann eigentlich nicht sein. Vielleicht so unterm Dach? Ein bisschen weiden, Alter, weil er mich nicht findet. Es ist so traurig. Oh, ja, hier, da. Ich bin ganz alleine. Bitte, Balupe. Ja, warte ich. Es ist so traurig. Einmal schauen. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Hör auf zu heulen, Alter. Was? Nichts, nichts. What? Soll ich dir einen kleinen Hinweis geben? Ja, bitte. Ich bin da, wo du auch bereits warst. Ernsthaft? Ja, ja. Soll ich einmal schießen? Ja, schieß einmal. Das ist ja mega weit weg. Soll ich nochmal schießen, oder? Ja, schieß nochmal. Ja, 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 ja. Uh, ah, uh, ah, äh. Tanzgrad, Alter. Könnte vielleicht hier irgendwo sein? Hallo? Ich höre sie irgendwo schießen. Und ich höre sie irgendwo fahren. Aber ich kann sie nicht lokalisieren. Aua. Hallo? Hallo? Ähm, da fährt jemand mit dem Golfkart gegen eine Wand. Hallo? Oh, wei, wei, wei. Hallo? Hier ist niemand. Ah! Hörst du das denn? Ja, die Schüsse habe ich gehört. Und das Tanzen? Nee. Ah! Bitte nicht schießen. Ich bin unschuldig. Nein, nein, mach ich nicht. Wollen wir Freunde sein? Bitte nicht schießen. Oh, nicht traurig sein. Bitte nicht schießen. Ah! Ich habe doch extra geweint, Alter. Mann. Ja, gut. Aber ich dachte, das war ein Schuldeingeständnis. Nein, Alter. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts habe ich gemacht. Ja, doch. Aufhören. Aufhören. Ach so, ja, okay. Ich gehe weg. Ja, weg, weg, weg. Aber ganz schnell weg, weg, weg. Aber ganz weit weg, 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 weg. Finde mich. Ich bin versteckt. Okay. So, jetzt findest du mich niemals, Alter. Ich kann doch die ganze Zeit tanzen, wenn du willst. Ja, ich mache es dir einfach. Hallo? Hallo. Wo könnte er sein? Ja, ja, Boris Becker damals. Das war schon eine große Leistung von ihm. Oder, Palle? Ja, das war super. Ah! Ich hab dich! Oh, weia, nein! Au! Ja! Was ist das denn? Woher wusstest du das? Ich habe einfach wirklich nur random auf diesen Augen gefassen. Nein! Scheiß Boris Becker, Alter. Hab mich verraten. Bobbele, Alter, du mieser Harald. Bobbele, warum? Okay, ein letztes Mal, Alter. Was für ein nicer Sucher ich bin. Ja, ja, ganz toll gemacht. Klasse. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber war geil. Bin gleich soweit, ja? Ja, ja, kein Stress. So, Schweinepriester, find mich. Okay. Oh, weia, nee. Mist, ich habe für die eine Waffe nur noch drei Schuss. Kacke, wa? Hallo? Hallo? Oh, weia, der schießt. Oh, weia. So, Mr. Paluten, wird das heute noch was mit Ihnen? Ja, was für das? Setzen Sie mich doch nicht so unter Druck. Ja, wenn Sie das hier nicht schaffen, der Herr. Also, Entschuldigung, ich kann es hier nicht einfacher machen. Ja, also, schon ist... Gib mir einen Tipp. Ja, wo sind Sie denn? Ja, auf dem Golfplatz. Bist du drin oder draußen? Eigentlich draußen, aber auch irgendwie so ein bisschen drin. Aber hier kann er ja nicht sein. Unter der Treppe. Hallo? Hallo? Oh. Hallo? Hallo? Oh. Der Herr, wo gehen Sie denn hin? Weil du bist da? Ja, ja. Kannst du so im Wasser sein, dass man dich nicht sieht? Nein, kann man eigentlich nicht. Ach, da bist du. Wo bin ich? Nein, hast du nicht. Ich bin jetzt da drunter. Doch. Nein. Doch, du bist da drunter. Nein. Nein. Hallo? Ich bin... Warte, warte, warte. Äh. Sir, bitte. Nein. Sir, bitte. Nein. Sir. Nein, ich will nicht reden. Äh, ich bringe mich selber um. Ja. Ja. Das war's von der wunderschönen Partie von Hide and Seek mit dem Herrn Paluten. Wenn es euch gefallen hat, ja, und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Palle, wir haben ja noch ein bisschen was, äh, vielleicht hier an Golf zu spielen und Basketball und sowas. All so ein Kram, ne? Ja. Wir können natürlich auch mal zusammen einen Win holen mit 20 Kills, Alter. Ja, mindestens. Kriegen wir hin, Leute. Ich würde sagen, schaut bei dem Herrn vorbei, ja. Und, ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Däubchen nach oben da. Das war's von diesem wunderschönen Video. Auf Wiedersehen. Tschüsschen, Leute. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.